so wir wollen euch heute abend auch noch mal zeigen was man für grundwerkzeug gebraucht diese grundwerkzeuge hat eigentlich fast jeder zu hause maler kiste oder in der bastelbude haben wir hier mal ganz links außen an der laubsäge man kann auch kopiersäge elektrisch benutzen wer das aber nicht hat reichte normale laubsäge dazu sollte man sich aber auf alle fälle feine metallsägeblätter laubsägeblätter besorgen die haben den vorteil dass man damit einmal die schneiderippen vernünftig aussägen kann und gleichzeitig auch zum beispiel an den tragflügeln die querruder einschneiden kann zum beispiel die kohle wenn sie in kohle hergestellt sind gibt einen sehr sauberen feinen schnitt dann habe ich hier eine ganz normale küchenschere was besser was braucht man nicht geodreieck ein kleines stahl lineal eine cutter klinge oder cutter klingen ganzes messer ich benutze immer nur die die klinge dazu sollte man sich wenn man zu viel verschleiß davon hat von der firma fiskas ein axt schärfer besorgen mit dem axt schärfer kann man wunderbar die cutter klingen wieder scharf machen dann hält so eine cutter klinge locker ein ganzes jahr eine einzige das heißt ich brauche nicht andauernd neues paket aufmachen bisschen klebeband verschiedene sorten dazu teppich klebeband auf alle fälle kommen wir gleich noch zu wofür wir das gebrauchen bisschen taser normales klebeband wenn du ein hammer ein ganz wichtiges utensil was ich was ich persönlich sehr viel gebrauche ist ein rollenschneider man sieht schon wie schwarz der ist also das ziemlich häufig benutzt ja plastikbecher für epoxy gehen die wunderbar bei anderen farben oder polyester sollte man aufpassen das schmilzt weg da muss man vorsichtig sein aber epoxy geht wunderbar so ich benutze dann zum umrühren fürs harz versuche ich mir immer kennt jeder die kleinen stäbe hier von der firma mcdonald's kaffee rührer pommes schalen oder ein tag oder pappteller um dort das harz einzufüllen und mit dem roller aufziehen dann brauchen wir ein tapeten roller zum andrücken erklären wir noch nachher beim bauen dann ein normalen stil für rollen und günstige stile rollen die man zum beispiel also hier bei uns schauen kaufen krümmelt für kleines geld fünf rollen kauf man muss sie nicht für fünf euro kaufen die sind nicht besser als diese hier auf keinen fall schmilgelein ich benutze überwiegend also mein haupt schmilgelein ist 120er schmilgelein was hauptsächlich im kfz bereich gebraucht wird hat den vorteil dass es einfach sehr länger hält man kann wunderbar wo habe ich jetzt meinen klotz hier wunderbar schleifklötze damit machen dazu brauche ich auch das doppelseitige klebeband klebeband aufkleben denn das schleiflein aufbringen habe ich einen super klotz dann einen harten klotz hier drauf sollte man achten dass der auf alle fälle im rechten winkel zur tischplatte steht und nachher die schäume also die kernrohlinge auf 90 grad zu schleifen vor dem fall kleben ja die schuhbürste am besten keine schwarze wenn ich kerne schwarz sondern einfach eine weiße damit kann man wunderbar nachher den staub von den kernen nach dem schleifen runter ein kugelschreiber bleistift so dann habe ich hier noch man kann auch ein stahl lineal nehmen ich habe hier eine messing schiene um lange gerade schnitte machen zu können dann aus dem maler bedarf oder es gibt die auch im bastel bedarf das so ganz weiche feine schleif schwämme da gibt es die harten auch die harten haben aber einen nachteil die meisten sind so dass sie sehr viel von dem grund was hier drauf ist dann bleibt das auf dem kern drauf und man hat immer so schwarze kleine punkte das will man ja nicht also ich würde ich nehme nur noch diese hier heutzutage und selbstgemachten schleifklotz reicht vollkommen aus eine schleifpapiersorte reicht so was brauchen wir noch also dann haben wir hier nachher zum schneiden paar gewichte dann habe ich hier so stahl gewichte oder eine stahlplatte je nachdem also einfach so ein schlosser irgendwo aus dem stahlbau von der schlosserei sich ein bisschen reste holen dann haben wir hier noch zwei winkel diese winkel die funktion werden wir gleich noch erkennen nämlich dass es dafür da um nachher die kerne zuzurichten außer großen platte ja ja oder eine waage diese hat hier 500 gramm und die sollte mit also mit 0,1 gramm oder 0,1 gramm wiegen können kriegt man momentan für kleines geld für irgendwie um die weiß ich nicht zehn euro bei ebay das ist eigentlich erstmal so die kleine grundausstattung brauchen wir noch irgendwas das war's ne